Hi Leute, Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute haben wir Niko an das Playlist Game dabei und wir spielen gerade, also versuchen zu spielen und CSGO auf den Of Cage und der neuen Map, Resorti von Bloodhunt, glaube ich, heißt der neue Map Pack und da haben wir auch schon was zum Annehmen gefunden. 8, 9 und bitte der 10. Bitte, geht gut. Let's roll. Off Resorti. Ich habe die Map einmal kurz mal angespielt und die gefällt mir besser als so ein paar andere Logische. Scheiße, die habe ich schon gut gespielt. Ähm, so ist auch nicht gerade die Beste. Ähm, Trails, glaube ich, die nächste heißt. Keine Ahnung, wie die andere heißt. Die heißt irgendwie Trails und so irgendwas mit Zügen oder so. Rails, oder? Rails, genau. Die kann man gut spielen. Die macht noch einigermaßen Spaß. Und die da habe ich, da kenne ich noch nicht die ganzen Wege. Aber wir können mal kopieren. Ich kann die Map noch nicht. Ach, glaube ich weiß sogar noch einige. Ne, das ist in der einfach nicht gespielt. Ich weiß auch die ganzen Wege. Ich weiß auch die ganzen Wege nennen es noch nicht. Ich weiß auch die ganzen Wege nennen es noch nicht. Oh, gut, annehmen jetzt. Ja, wie sollst du die auch wissen? So, Bot, rein ins Messer. Komm, Bot, rein ins Messer. Komm, Bot, rein ins Messer. Komm. Hey. Komm und da. Ne, komm und nicht. Nicht mit mir. Bei mir spielt man nicht so. Bei mir spielt man nicht so. So. Ach, jetzt hat er mich geholt. Ja, aber 6-1, das geht ja noch. Was hab ich? Notmal. Ja, die Hammer. Einer hat schon eine Medaille dabei. Noch nie, wenn man dich an einem nicht. Ach, scheiße. Noch nie eins von den Textern gekauft. Ach, komm doch. Probieren sie mal mit der AK. Sonst kann ich mir ihn nicht leisten. Oh, ja, das ist eine schöne AWP-Warm-Gott. Ach, wir können mit dem Lift auch noch fahren könnte. Ja, ja, ja. Ist logisch, ist logisch. Mach ich auch immer. Komm doch her. Ja. Weißt du was? Es ist... Das sag ich jetzt nicht. Es ist... Huhe. Huhe, Huhe. Sag ich nicht. Huhe, Huhe. Ach, was treff ich denn nicht? So. Nicht mit Manu. Nicht mit Manu. Mit Manu spielt man sich nicht. Da verbrennt man sich nur die Fingern. Mit Manu spielt man sich nicht. Da verbrennt man sich nur die Fingern. Das steht bei der Fingern auch. Tschüss, Amanu. Oh, er will nicht. Ja, rennen wir vom Herd. Geisse. Es ist klar, Spawn Trippen. Komm doch, komm doch, komm doch. So schlecht Spawn Trippen. Und hinten kann ich auch kommen. Genau. Ja, schau auf den Boden. Wo ist denn noch ein Bot drin? Sind jetzt schon alle da oder? Ja, alle da. Ach, lecker. Nico, waschen wir dann gleich mal auf B zu. Okay. Okay, okay. 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 Ich muss jetzt mal auf den Boden kommen. Guck mir das wunderschöne Messer an. Also, wenn ich ein Messer hätte, das würde ich hier platzieren. So, Nico. Jetzt wird es ernst. Soll ich mal mit ihm reden? Ähm. Go B, okay? Rush B. Okay, bravo. Ich bin nicht dein Bruder Junge. Ich bin nicht dein Bruder, vielleicht bin ich dein Vater, aber nicht dein Bruder. ich habe Angst wenn ich da jetzt gehe ganz dicht hinter euch ich kenne mich auf der Map nicht aus ich auch nicht Alter, der Typ hat gleich mal richtig gereicht okay, der ist weg unter anderem ruht das auch gleich weg gut, 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 dann hole ich mir jetzt das ist immer nämlich an den Kappen haben wir den Kill abgestorben 10 Leben, 10 verdammte Leben so, jetzt hole ich mir dann eine schöne AK hey, nochmal B oder hier gern, hier gern alle haben eine AK wir werden einfach alle eine AK haben außer der Bot der jetzt schon dabei ist und einen Ping von 1 hatte, obwohl er da ist auch geil, wenn jetzt einer weg ist so ich habe einen 34er Ping ich habe einen 56er Ping ich hätte eigentlich Nico, er ist auch immer ein 20er Ping und nicht so einen hohen, oder? ja, ja, ein 5er Ping normaler, aber ich helfe immer mit der Granate die Wand ich helfe immer mit der Granate die Wand ah, okay, das ist auch der Weg aber plant, plant und du bekommst mehr Geld wenn du plantst also, wenn der jetzt geplant hat dann hätte er jetzt mehr Geld bekommen und hätte sich somit bessere Waffen jetzt kaufen können aber jeder wie er will jeder wie er will ja, dafür werden wir jetzt mal schliessliche Leute hassen sich jetzt die P90 nehmen, aber aber nein, nein, geh diese Zeit, hey try it, try it ja, 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 so hier, hier wie meint, ist das der Bot der die Bombe hat? ja so guck mal, weil damit würden die Leute jetzt nicht rechnen ja, wir würden auch nicht rechnen, dass wir den Bot vorschicken weil in der Bot, da kann ja, wie wir alle wissen gar nichts das geil ist, wir haben einen Bot und die anderen sind schlechter geht doch das ist kein Wort mehr dort okay ach ja, das ist gut Du hast hier ich lebe etwas das sind nur von der 2 also das Problem mit den Gegenden haben wir jetzt ja nicht Schätze von A So machen wir das. So machen wir das, Jungs. Change auf B, ok? Let's think. They don't await us now on B. Let's think we go a second time A and then go B. Go B is a good idea, I think. Also, die Bündnis denken, dass wir jetzt 2x A zu B, 2x A zu B gehen. Deswegen wäre das jetzt gut, wenn wir jetzt gleich B gehen. Dann werden sie einfach nicht damit rechnen, dass wir jetzt da gehen. Oder vielleicht doch damit rechnen, aber es ist jetzt mal schnuppe, wenn wir eine Runde verlieren. Wo rein vergleichen wir ja einen Schuss machen. Direkt. Passt mir auch in den Plan. Kein Problem damit, hab ich kein Problem. Alter, hab ich da grad so geleckt, oder? Ach, ist ja egal. Ach, wenn ich hier einfach den Brot für den AK. Ich hätte ja mit AB-Kills gestorben. So. Wenn ich wenigstens noch die Kills bekommen könnte, wäre das nett. So. So. Ich bin nicht eben sowieso nur als Team, dass sowas gerechnet wird. So. 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 Oh Gott, wir haben ein OBP hier, ich heiß auch jetzt grad nur Com-得EM, Ah, ich hab doch auch nur Hop-向-wo. Ähm, Captain Ob allergies einfach aus dem Grund, weil ich kayak genommen, weil wir Vaccines give und dynamisch fahren nach dem Tag lang. Vielleicht fühlen mal die B mit Bombe. B von hinten Der von beiden Seiten. Ist ja egal. Eine Varon. Ah, also gut. Durchschalte wieder mal. Eine verlorene Runde ist doch gar nichts. Ja, hätte ja auch nicht jeder eine AWP gehabt. Ja, hätten wir locker gewonnen. 125 Spiels mit der Waffe. Ist schon eine gute Zeit mit der AWP. Bin ich schon eine gute Zeit mit der AWP ausgekommen mit der AWP. Go, go, go! Ähm, man. Komm mit dann, ey. Wer ist Lila? Ähm, der... Der Typ ist das. Der Eierscheiß, glaube ich, ist das. Okay, der Cap da noch mit der AWP. Dann gehen wir einfach da rein und rüber. Ist ja das große Problem. Der Typ hol ich mir von hinten, wenn's da rankommt. Der Typ basht einfach rein, das ist auch okay. Geh mal mit der Autosnipe, das ist doch kein Problem. Oh. Oh, dein Warmgott. Der Typ nutze ich einfach meine Waffe, weißt? Achtung. 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 Good job, Mann. Man spielt nicht mit Manu, wenn's da rankommt. Ja, ich krieg immer die Bomben, ist doch klar, ich nehm dir gerne Danken dann. I think B is the best idea. Let's do this. Was sagst du dazu, Nico? Ich will nicht von alleine sprechen. Ich will ein bisschen sma- Oh, ups, ups, ups. Hör auf. Ich weiß nicht, was noch geil wäre, wenn man so auffangen könnte mit den ganzen Dingen. Das wäre richtig geil. Wenn man mit dem Lift zu fahren könnte. Ja, aber... Wie die Arbeit. Warte. Achtung, Achtung, Achtung! Okay. Bei einer schnelle Runde! Ja, weil schon alles, was ich brauch. Die Typen kicken sich schon gegenseitig. Ja, kann man auch verstehen. Haha. Ja. Leute, und wie gesagt, wenn ihr mal auf unserem TS kommen wollt, könnt ihr auch gerne mal manchmal eine Runde mit uns mitzocken, ein bisschen talken, und jetzt noch kurz zu Minecraft. Wir haben ja einen eigenen Server, wo Liko auch dabei ist, und ich verlos ein paar Beta-Zugänge für den Minecraft-Server, und der beste Kommentar darunter, der einen gewinnen möchte, der wird einen Beta-Zugang bekommen, also mehrere, nicht nur einer. Da ist noch einer. Ja. Niko. Oh, er hat verlassen. Hat er verlassen? Ein Gegner-Typ. Ja, 7 Tage. Gut gemacht, Niko. Ja. Räuft doch. B noch mal B, oder? Ja. Wenn die scheiße sind, dann gehen wir oft genug B. Ohne Scheiße jetzt. Nächstes Mal haue ich, du hast nur deine Kanate, dann haue ich eine Flash rein und eine Molotow nach. Äh, ich hab gerade nur eine. Hey, hast du eine Rauchkanate mit? Ja, habe ich. Ja, dann rauchst du, dann Flash, du, äh, dann Flash ich, du hast die Rauch hin, und ich haue in die Brand-Kanate, äh, Brand-Kanate. Ach, du, Alter. Und ich haue in die Brand-Kanate hinten rein. Oh. Okay. Ich hab's ja, ich hab's ja reingeworfen. Au. Ich hab's ja, ich hab's ja reingeworfen. Au. Ich hab's ja Fr exemplo, Tros. Niko tut mir leid für dich. Egal. Wir haben einen Fünfer Gaddaş. Alter, wie lang. Oh, fuck. Nein, 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 sechs. we Comment in die Call 제품ник Okay. Los geht in und flanks! Hoffentlich ja, hoffentlich alle ja, hoffentlich alle ja. Aber die Runde so schnell vorbei gewesen, der ist So schön. Liko, hast du eine Rauchgranate? Ja. Hast du auch eine... Ich hau... Also du haufst die Rauchgranate hin. Ich flash dann. Warte, 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 Achtung. Genau, da starte ich. Da hast du ihn getötet. Ja. Liko, hast du die Bomben? Ah, ist eine Bombe-Typ. Oh Gott, ist da hinten irgendwo. Ach, Mann. Ja. Gut. Sieht, dass wir alle wohin gehen und geht alleine. Ah. Guys, go B. Ja, das ging halt mal richtig schnell und nice. Ey, gut. Ja, gut. Dann krieg ich nicht mehr XP. Einfach mehr XP. Ich habe 1200 XP bekommen. Was sonst? Ja, Leute, dann war's das für diese Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns bald mal wieder. Und alle auch vielleicht auf dem TS oder Minecraft. Und dann tschösen. Nico, willst du noch ein paar Schlusswort sagen? Ja, Leute. Eigentlich nicht. Ja, dann tschau. Oh! Oh. 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 Oh.